Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche der beiden Branching-Strategien, die ich vorgestellt habe, ist da am besten. Was euch bestimmt aufgefallen ist, also die ein Branch je Feature zu machen, führt zu brutal vielen Branches. Und man muss da auch durchaus hier von der Struktur etwas aufpassen, dass man sich nicht wirklich verzettelt. Denn es sind echt viele und da gehört auch wieder mal aufgeräumt. Aber anders betrachtet, sehen wir uns an, wie wir hier eine Entscheidung treffen können, was denn vielleicht vernünftig ist und was denn die Einflusskriterien sind, ob wir eine Branching-Strategie fahren, je Release oder eine Branching-Strategie nach Features. Und dazu gibt es drei Themen, die sehr stark zusammenhängen, nämlich die Features, die Qualität und der Liefertermin. Also wir befinden uns in diesem Fall in einem Spannungsfeld zwischen Qualität, Termin und Feature-Set. Also unter Feature-Set verstehe ich jetzt, was soll in das nächste Release alles rein, wie viele Features und welche Features sind das. Unter Termin verstehe ich den Release-Termin. Ist dieser fixiert oder ist dieser variabel? Und Qualität ist so nach dem Motto, na gut, wir wollen nicht, dass unsere Software vom Bugs strotzt, sondern natürlich, dass diese einen entsprechenden Qualitätsanspruch hat. Das ist das Spannungsfeld. Egal wie, was wir tun, dieses Feld existiert immer. Und wir sollten uns einig sein, über die Qualität sollten wir eigentlich nicht sprechen müssen. Das heißt, wenn wir unsere Branching-Strategie uns überlegen, ist die Frage eigentlich die, wollen wir den Termin fixieren oder die Features? Wenn wir den Termin fixieren, dann empfehle ich die Variante, dass wir Branches je Features machen. Und zwar aus dem einfachen Grund, es gibt dann eine Entscheidung, die sagt, okay, der Release-Termin ist vorhanden. Und die Features, die nicht fertig geworden sind, also absolut fertig, die kommen einfach nicht in den Integration-Branch und gehen daher auch nicht halbfertig online. Es wäre schlecht, hätten wir Features im Integration-Branch, die nicht fertig sind. Denn diese sind nicht nur Buggy, sondern da ist auch sehr viel Source-Code, der dann ungetestet ist oder der anderen Source-Code beeinflusst. Und in Summe ist das qualitativ ein Problem. Daher ist der Termin fix, ist die große Empfehlung, das Feature-Branching zu machen. Ist der Termin variabel, aber das Feature-Set fix, so nach dem Motto, dass die Version geht erst online, wenn das und das und das und das Feature fertig ist, dann ist das Release-Branching alleine auch vorteilhaft. Und zwar deswegen vorteilhaft, wenn man weniger Branches hat und wenn man dadurch weniger Merge-Aufwand hat, weniger Branching-Aufwand hat und Seiteneffekte schneller merkt. Es ist in Summe einfacher zu verwalten. Und es ergibt weniger Branches natürlich. So, wenn jetzt jemand sagt, bei mir ist sowohl das Feature-Set fix als auch der Termin fix, dann empfehle ich keine Branching-Strategie, sondern unter Umständen den Arbeitsplatz zu wechseln oder den Dienstgeber. Was jetzt automatisch leihen wird, ist die Qualität, die verschwindet. Was steigen wird, sind die Überstanden und was steigen wird, ist sehr viel Missmode. Also, keinesfalls alle drei versuchen zu fixieren, das geht nicht. Die Qualität ist in dem Fall immer der Verlierer, immer. Also, lieber Termin fixieren oder Feature-Set fixieren. Was fixiert ist oder wird, ist natürlich auch eine Business-Entscheidung. Aber diese Möglichkeiten gibt es, mit den entsprechenden Strategien Feature-Branching zu machen oder Release-Branching zu machen. Wobei, beim Feature-Branching bitte auch das Release-Branching dazu machen. Warum? Wurde ja bereits gesagt, wegen den Hot-Fixes, die auch geliefert werden sollten. Wenn man das vergisst, hat man auch ein Problem, und zwar ein Qualitätsproblem. Wenn Bugs vorhanden sind, schärft man es nicht, diese zu fixen in einer Version. Also, man kann die Version beim Kunden nicht fixen. Immer nur für die nächste und wann diese kommt, ist eine gute Frage. Also, wenn man da lange Release-Zyklen hat von ein paar Monaten oder Jahren, hat man ein echtes Problem. Gut, ich hoffe, das konnte etwas helfen im Bereich Branching-Strategien und wie man das am besten organisiert. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Ben von Bauten Sobh spät, dasata über Deiner Giscunden Abonniert Weiner